Burnout Paradise ist zurück. Das 2008 für Playstation 3 und Xbox 360 erschienene Arcade Racer feiert jetzt nach nun 10 Jahren auch sein Debüt auf der Playstation 4 und Xbox One. Doch eine Frage stellt sich definitiv, ist Burnout Paradise Remastered nur eine angestaubte Version für die aktuellen Konsolen oder hat EA da noch an einigen Schrauben etwas gedreht? Tauchen wir doch einfach am besten ins Spiel hinein. Auch in Remastered werden wir in die befahrbare Stadt Paradise City entlassen. Ein Paradies für jeden Racer. An jeder Kreuzung erwarten uns Renn-Events und Burnout Paradise hat da einiges zu bieten. Angefangen von klassischen Rennen über Crash-Events bis hin zu Elimination-Rennen. An sich alles gehabt wie zur Original-Version. Die Steuerung der insgesamt über 130 Boliden ist für einen Arcade Racer nahezu perfekt. Auch bei absoluter Höchstgeschwindigkeit. Und das ist auch wichtig, vor allem da nur durch rabiater und waghalsiger Fahrweise wir unseren Boost aufladen und somit das Spiel in rasanten Zügen genießen können. Das Gameplay funktioniert wie schon vor 10 Jahren tadellos und steckt locker die von vielen aktuellen Arcade Racern in die Tasche. Das, gemischt mit den kurzen Events, ist die optimale Droge, die Burnout Paradise schon damals versprüht hat. Hat man ein Rennen beendet, will man am besten das nächste direkt hinterher machen. Da die Rennen nicht länger als ein paar Minuten dauern und das Geschwindigkeitsgefühl es noch kürzer fühlen lässt. Doch die Entwickler hätten nicht alles beim Alten belassen sollen. Optisch sieht man Paradise sein Alter an. Ziemlich überschaubar das Umland, die Stadt wirkt stellenweise arg leer. Paradise bietet keine großen optischen Highlights. Da hätte man schon was auf die Schippe legen können, um mit aktuellen Racern zu konkurrieren. Da ist die butterweiche Framerate und die schärferen Bilder auch die in 4K eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Und hat man damals noch die Wegfindung wie die vorhandenen eigenen Wegpunkte und die überschaubaren Plätze für Fahrzeugwechsel kritisiert, kann man das jetzt fortsetzen. Hier hat Entwickler Citrarian nichts geändert. Vom Umfang her hat man aber schon was geändert. Die Neuauflage besitzt nicht nur den Inhalt des Hauptspiels, sondern auch die insgesamt sieben DLCs und die große Erweiterung Big Surf Island. Auch der Online-Modus ist drin, in dem ihr mit bis zu acht Leuten in einer Party fahren könnt. Was auch noch drin geblieben ist, sind die genialen Crash-Geräusche, die ihren Charme von damals nicht verloren haben. Und sich auch heute immer noch Hammer anhören. So, genug der Bilder, kommen wir zur Wertung. Auf der Pro-Seite definitiv der Umfang. Weit über 100 Offline-Rennen und über 130 Fahrzeuge und die ganzen DLCs sind hier auch mit dabei. Präzise Steuerung, offene Welt, butterweiche Frames, wuchtige Soundeffekte und coole Soundtracks und online für bis zu acht Spieler spielbar. Auf der Contra-Seite, die Wegfindung ist verbesserungswürdig, Wagenwechsel unnötig kompliziert, Stadt und Umland arg leer und PS3 360 Wurzeln an vielen Stellen sichtbar. Das Spiel bekommt von uns eine Wertung von 8,3 und mein Schlusswort zum Spiel Burnout Paradise Remastered spielt sich wie damals genial, einfach und schnell. Sehr schnell. Und da ist leider auch der Haken. Bis auf die verbesserte Grafik und den vollen Umfang ist die Remastered Version eine 1 zu 1 Kopie des Originals. Doch wer Burnout Paradise nie auf den Last-Gen-Konsolen spielte und Rennspiel liebt, für den ist dieses Spiel auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, mal wieder eine Review von uns diesmal zu Burnout Paradise und wenn euch die Review gefallen hat, dann würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wie auch über Abos und auch Kommentare. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.